hallo und willkommen zu da habe ich aber ein chaos angerichtet wir befinden uns gerade in die cc sind vom schiff runter gegangen und stehen jetzt vor unserer nächsten herausforderung und zwar ein wenig dps auf dem markt klatschen wir möchten nämlich diesen erfolg hier mitnehmen mit diesem char habe ich diesen erfolg eben schon ihr werdet ihn nicht mehr aufploppen sehen dafür entschuldige ich mich sehr aber ich nehme es eben deshalb auf dem main auf um eben zu zeigen dass es auch rein dps technisch möglich ist und ihr hier wirklich nichts beachten müsste ich habe das mit links überprüft die dps auch halten können und es wird euch allen den erfolg geben sofern ihr wirklich nicht zu langsam seit eben dafür empfiehlt sich auch 100er char zumindest 30 kdps ist ein minimum ansonsten ist eigentlich kein problem und spielraum nach oben ist sowieso da ihr seht ich mache hier paar auto text drauf noch nebenbei das kredit sowieso auch und ja meine cast ohnehin an dieser stelle hier werdet ihr merken habt den erfolg bekommen und naja ansonsten danke fürs ansehen baba ja Untertitelung des ZDF, 2020